Hallo. Hallo. Ja, hallo, hallo. Das ist unsere Rezeption. Hier melden sich die Spender an unserem wunderschönen Bartfallscanner mit dem Spenderausfest an. Wie vor jeder Spender lässt sich jetzt die Kamera von der Stund. Anschließend haben wir sich natürlich immer wieder. Nach dem Spender von der Schraubsystem wird jetzt das Blut und das Schraubrumpe über das Schraubsystem und die Vogelbeeren breiten. Diese dreht sich dann mit etwa über 7000 Dillen. Dadurch werden die Feststoffe an die Rand der Zentrifur gedrückt und die flüssigen Bestandteile des Blutplasma langt sich in der Mitte und wird dann über dieses Schraubsystem in den Behälter eingeführt. Danach, wenn das Blut quasi vom Plasma befreit ist, wird ein bisschen Auslösung wieder eingeführt und das Blut für den Spenderkontext gut zählt. Danach wird der Vorgang immer wieder wieder wiederholt, bis die mögliche Menge an Plasma gesammelt wird. Das heißt, dass wir das Plasma, das wir hier gewinnen, direkt verwenden können, um die Medikamente für die Blutgründungsstörungen und die Immundefizite herzustellen. Dafür wird es dann gereinigt und weiterverarbeitet. Also hier sind wir in der Verarbeitung. Hier passiert Folgendes. Hier werden die Spenden etikettiert. Es wird das Volumen gemessen und es werden Probenröhrchen fürs Labor abgenommen. Und wenn das alles passiert ist und wir eine entsprechende Menge an Plasma gesammelt haben, dann werden sie eingefroren. Alle zwei Wochen kommt ein Lkw und holt das Plasma dann ab und bringt das nach Dreieich. Es muss dann noch versandfähig gemacht werden. Das heißt, wir müssen auf die Proben, auf die Ergebnisse der Probenentnahme warten. Die Patienten aus dem Labor brauchen da die Freigabe. Dann gibt es einen Herstellungsleiter, der den ganzen Einfrierprozess und die Kühlkette verfolgt und darauf achtet, dass da alles in Ordnung ist. Dann gibt es eine sachkundige Person, die das Plasma freigeben muss. Und dann gibt es letztendlich den Vertriebsbeauftragten, der dafür verantwortlich ist, dass der Versand von dem Flieger läuft. Generell sollte man Plasma spenden, weil dadurch Leuten kommen wird, die entweder ein Immundefizit haben, erworben oder angeboren oder halt Blutgerinnungsstörungen, zum Beispiel eben für die ARD, wie er ein sehr bekannt ist. Durch das Plasma werden Gerinnungsfaktoren konzentriert, die den Leuten dann gespritzt werden, weil diese die nicht mehr selber herstellen können, damit die Blutgerinnung normal ablaufen kann. Immundefizite kommen vor allem entweder angeboren auch vor. Diese Personen haben eine verminderte bakterielle und virale Abwehr und brauchen die zusätzlichen Abwehrkörper, damit sie gegen Infektionen kämpfen können. Untertitelung des ZDF, 2020